Hoi, Chumas und Chilpads, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Overwatch. Hier ist ein Schaf und ein Ping und ein Fuchfen und es geht direkt los. Ach, das stimmt. Ich muss das drücken, oder? Ja, du musst das drücken. Du bist Master of Drücking. Das heißt, ich sage im Grunde genommen nur, es geht direkt los und dann sehe ich 26 und hier unten steht dann eine 6, 7, 8, weißt du? Also, ich bin im Grunde genommen so gerade gar nicht... Und was ist, wenn ich das schon anmache, während du noch anmoderierst? Boah, verwegener Gedanke. Das ist ein verwegener Gedanke. Dann geht die Welt unter. Nein, das kündigt sich ganz anders an. Schaffen, woher hast du das Barbarenbild eigentlich? Das ist ein Foto von mir. Ja, ist es nämlich auch. Ist das nicht die Tante aus Hotz? Ja, eigentlich ist sie sogar aus Diablo 3, glaube ich. Ach, die ist aus Diablo 3. Ja, ich komme mit diesen ganzen überschneidenden Welten. Und bei Hotz ist sie als Sonja, glaube ich, drin. Genau, das ist nämlich Sonja. Sonja, 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 Sonja. Ich überlege ja, ob ich später mal Anna ausrunde. Anna. Anna. Haben wir keine Tanks und keine Haller. Ja, wir haben ja noch zwei Leute, die sich was aussuchen. Ah, wird Schaffen heiler. Hast du jetzt gewählt? Was hat Schaffen gewählt? Schaffen hat Asile, das macht gar nicht. Aha. Jetzt sehe ich was. Äh, Mercy. Keine Tanks. Vielleicht mache ich mal einen Tank. Ich mache hier die DVA. Die deutsche Verlagsanstalt. Bei einem Charme. Wobei, mit der DVA hast du ja, glaube ich, schon gute Erfahrungen. Da habe ich ja schon mal mitgespielt. Ja, läuft bei euch. Weißt du, die kenne ich ja schon. Läuft bei euch. Steingetter. So. Ich finde meinen Roboter so niedlich. Er erinnert mich auch an die Roboter aus... Wie heißt das da? Luputa in diesem Film. Das Schloss im Himmel. Das ist das Schloss Heißes. Oh, das ist lange her. Ja. Das ist lange her. Ja. Wie hieß das denn? Ja, ja. Ach, haben wir schon angefangen? Ja, fast. Ähm. Es ist Zeit zu handeln. Wird gerade irgendwas Überflüssiges da. Das ist sowas wie Schiererungsreise ins Zauberland. Also so eine Produktion. Es ist Studio Ghibli, oder nicht? Hm. Wir haben Fuchs noch nicht letztens noch drüber gesprochen. Wunderschöne Film. Hallo, hast du mir auch mit uns zu schießen, wie? Ich bin nicht, wie du bist. Wie kann ich das vorstellen? Ich schaue ich mir nicht. Ich muss mich wirklich von wem nennen, oder? Abschieße. Wahh! Ah, ich guck mal, was kommt. Oh, ich guck mal, krank. Seid ihr auch schon in dem Stadion, wo man nicht mehr wirklich nachdenkt, wo es so Dinge passieren? Ja, wo es einfach nur... So, dankeschön. Oh ja, ich mach grad sowas ähnliches. Bist du nicht der deutsche Panzer? Ja, aber ich stehe hier ja auch rum und eliminiere die Leute einfach, sobald sie sich bewegen. Ping, der deutsche Panzer, ja, das ist doch eigentlich auch was Schönes. Ah, ich hab den Sniper gesehen von mir. Hast du? Ich seh den, ja. Oh, ich lauf gegen die Wand, der wird sich freuen. Genau. Au. Ich wurde wohl leid hier auf. Oh, ich kriege mein Ding jetzt von uns hier. Hopp. Nein, alles klar. Ist nur auf der Tisch. Ach, dein Lied. So, alles klar. Oh je, ich sterbe. Ja, ich hätte gerne, aber Fabus war schneller. Der hat mich befeuchtig. Hui. Die Dreisbeziehung war schwierig. Tja, das ist so. Was? Dann ist... Dann ist der nächste Kuckse blöd, ne? So. Ja, der hat mich befeuchtig, da dachte ich grad so. Nichts, nichts, gar nichts. Also, wirklich. Das sind nur meine dreckigen Pinguin-Gedanken. Ja. Bastille. Furchtbar. Mhm. Bisschen vielleicht. Nein, ich will nicht töten. Nein, herauf. Schweb, 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 schweb. Schweb, schweb. Sie sind angeschoben. Ich würde dich nicht malen. Das ist immer der Hellstrahl. Der gelbe. Ich glaube, so weit schieße, kann ich auch gar nicht schießen, ne? Sieht dann halt so aus. Ich habe nämlich noch nicht so gern, also im Moment scheinlich überhaupt keinen Schaden zu machen. Ich weiß nicht, ob das daran... So. Ich bin den Standort hier so gut. Normalerweise sollte man ja immer von oben nach unten schießen, nämlich von unten nach oben, aber das geht grad ganz gut. Doch wein ist so schön. Ja, ist natürlich auch schwierig, ne, hier berger hoch zu... Ja, taktische Richtung. Stimmt. Aber wir schlagen uns nicht schlecht. Wir schlagen uns tapfer an. Natürlich, wir machen das gut. Wir machen das jetzt gut. Hallo, guten Tag. Besonders Fuchsen ist wieder sehr fuchsig unterwegs. Jetzt haben sie uns allerdings fast alle umgebracht. Ja, die kam auch immer nach. Das war eine Ulti, oder? Töte alle. Das war die Ulti von dem... Oh, ja, dankeschön. Komm, rein da, rein da. Oh, ja. Jetzt schnell raus. Oh. Ja, rein da, rein da. Oh, schnell raus. Ich weiß. Oh, meine Güte, ey. So, ich brauch bitte Heilung. Hallo? Wo bist du? Ist jemand da? Hallo, ich steh hier oben. Komm, ich kann nicht hier... Ich will zu meiner Mama. Teil sie doch. Teil sie doch. Hallo Mama. So. Noch 50 Sekunden. Die kriegen den nächsten Check. Ah, da ist die. Nein, kriegen sie nicht. Kriegen sie gar nicht. Nein, kriegen sie gar nicht. Guck mal, die die das gar nicht kriegen. Mh, es bewegt sich aber nicht. Nein, tut's gar nicht. Schon zu dritt. Nein, nein, nein. Ja, schön, die, 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 die Realität leugnen können. Das mag ich besonders. Ah. Oh, hallo, Freunde. So. Steine, bitte. Ich kann nicht gegenheilen, wenn da drei Leute auf mich drauf ballern. Ja, ja, das ist völlig, völlig klar. Oh, hallo, guten Tag. So, jetzt sammeln dich, nicht jetzt, nicht jetzt blind werden hier. Nein. So. Was ist der nächste günstige Punkt? Das ist nicht jetzt innerhalb dieses Gebäudes, okay? Die Taktiker-Ping kommt raus. Boah, Leute, ihr habt sie doch nicht mehr alle, ey. Die sind mich ja nur am mobben. Ach, die hat die Ulti gezündet, ja, alles klar. Alles klar. Was ist das für eine Ulti? Jetzt habe ich das, okay, dann, jetzt bleibt die in der Luft stehen und macht so ein Luftraketen hier, äh, Anschlag gedöst. Kannst du, kannst du also nix machen. Da habe ich mir nämlich gefragt, was hat die denn gemacht jetzt, aber das ist wirklich einfach, ähm... Ja, ich habe aber auch noch jemand mitgenommen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber da kann man mich... Äh, wo ist denn die Fracht eigentlich? Die kommt hier. Mighty Owl hatten wir heute auch schon mal, ne? Ja? Ja. Das hast du doch gesagt. Ja, stimmt. Uh, Mighty Owl. Batz, und da ist auch schon der Nächste wieder drin. Alles klar. Das klingt immer etwas Positives, wenn du das so sagst. Voll zu fern mit dem Gegner. Das ist auch schon. Das ist auch eine Tore. Ach, Schitte, das war der... Ich dachte nur, ob das wäre... Ach, jetzt, 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 jetzt. Ich liebe den Euro von Repulsmunition am Mord. Nein! Nein! Oh, was ist das hier? Ich war gerade dabei, in mein Ding ins Einzusteigen. Und dann werde ich von hinten erschossen. Das ist also nicht schön. Ah, nee, das stimmt. Ich bin keine gute Verliererin. Nee, ich bin auch wirklich keine gute Verliererin. So ist das nämlich. Sachte sie auch gerade. Ist er auch nicht, ne? Weiß er auch. Panzer, 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 Panzer. Panzer, Panzer, Liebelei. Ping, ich würde echt gerne mehr für dich tun, aber... Ist nicht drin. Echt, wenn ich da stehe, werde ich sehr schnell beschossen. Weil die das echt an guten Punkten, glaube ich, im Griff haben. Da machst du auch nichts. So, meine Meinung jetzt als Taktiker von... Weltrein. Von Weltrein. Ich bin für meine Taktiken bekannt. Ui, ist das ein Gegner? Ah, das ist der Gegner. Das wirst du gar nicht. Ah ja, hallo. Wie krieg ich dir jetzt? Oh, shit. Sagt man das nicht im Rheinland? Wolle müssen sie reinlassen? Nee, das ist meins. Oh, verdammt. So, tschüss, Mighty Owl. Können wir jetzt mal hier gerade ein bisschen hier Stimmen machen? Ja, wir müssen hier mal ein bisschen Stimmen machen. Das finde ich nämlich auch. Ihr seid so ernst? Das ist voll evitierend. Ich traue mich schon gar nicht mehr, was zu sagen. Ja, ich habe irgendwie angefangen, konzentriert zu werden. Ich weiß auch nicht. Ich muss gleich mal einkaufen gehen. Ja, das ist das erste Mal. Das geht gar nicht. Nein, geht gar nicht. Geht gar nicht? Hier, Frauenaussage geht gar nicht. Es muss doch jetzt mal irgendwie, weißt du? Geht gar nicht. So, dieses Gefühl habe ich jetzt gerade. Es müsste doch jetzt mal was... Was gehen so? Nein? Nein, nein, wahrscheinlich ist es Quatsch. Ach, ja. Schafen sagt geht gar nicht. Ach, ich bin schon hier. Ich habe den gelben Strahl ausgepackt. Alles klar. Alles klar. So. Ich bin blau. Jetzt muss ich dir auch aussuchen. Ah, ich folge dir auch in den Tod. Nein, nicht in den Tod. Hier zum Dingensbrummens. So, ist das schön. Ja. Ja, 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 ja. Cool. Sehr, sehr cool. Ja. Aber ich habe viele mitgenommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und sie kriegen es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass sie es nachzunehmen. Doch, das müssen sie noch schaffen. Aber wenn wir es gut machen, natürlich nicht. Ja. So, ich kann mal schon wieder um die Ecke schicken. Da bin ich raus. So. Ich habe ein bisschen Glück, dass ich immer auf Medikits zulaufe. Auch wenn ich eigentlich gar nicht. Sie machen uns ziemlich. Da hilft uns dein Glück auch nicht viel. Vielleicht wäre es sinnvoller, einen Helden zu nehmen, der zurück Schaden machen kann. Das war knapp. Zu spät. Echt? Ja, ja. Ja, ja. Ja, war blöd. Sehr, sehr, sehr gut. Und nicht gelb. Guck mal, Fox, man sieht gelb. Ah, zahua. Ja, ja, ja. Ja, unser Ping wieder hier. Und Ping kriegt unser Aufschluss. Ihr seid so süß. Ich bin auch süß zu mir. Das machen wir aber dann offline, ja? Also, das machst du dann. Sehr, sehr gut. Guck, 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 guck. 19% Trefferquote. 21. Ich steigere mich. Wo geht ihr das eigentlich immer? Ach, da. Kriegt man gerade. Also, ich kriege es gerade angezeigt. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch ganz gut. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Folge kommt bestimmt. Bis denn.